wow leute hier voll gewitter und regen und somit herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin die handy von den displaybase wir spielen 7 days v1 stable und ich freue mich natürlich dass du eingeschaltet hast und das wetter ist einfach wunderbärchen wir haben 15 uhr 14 ich hab ein bisschen gebummelt wie immer ja wir machen heute noch mal eine langweilige quest ich weiß gar nicht wie viel haben wir denn jetzt überhaupt 8 8 von 10 eine vorräte aus white river alter falter schon eingeschaltet ja komm mal her baby komm ich habe jetzt ein helmlicht jetzt sehe ich ich wenigstens hier ja so hier hat sich doch gerade noch irgendwas bewegt da war doch gerade noch einer oder bin ich jetzt blöde da ist zumindest der andy der kriegt jetzt auch erst mal ordentlich einen auf die mütze weg ist er so machen wir wieder an hier ach es wäre so schön wenn man das ui auslassen könnte man alles frei hätte freie sicht quasi ja aber wenn man es ausblendet ist hat das doofe dass man kommt ihm wie viele leite wo kommt der denn her der stand da oben drin habt ihr gesehen wie der da runter gesprungen ist der wäre fast quasi auf mich drauf gehüpft hier kipp um du auch so und danke für den loot eigentlich ein total zu musiger poi finde ich oder wie andere sagen würde ein p o i ich sag poi wo sind die denn wo sind denn er zeigt mir hier an wartet ich guck mal okay sind die hier vielleicht irgendwo drin obwohl nee 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 aber auf der anhöhe sind die irgendwo okay finden war schon okay die habe ich schon gelootet ja leute jetzt kam ich glaube zwei drei tage kein kein seven days ich habe mich nicht ganz so wohl gefühlt mir ging es nicht ganz so gut ja und arg hatte ich schon vorab aufgenommen deswegen habe ich erstmal nur die arg folgen rausgebracht es tut mir wirklich leid für alle die die auf seven days gewartet haben würde mich aber natürlich freuen wenn ihr auch bock habt bei arg mal reinzuschalten leute ja aktuell bin ich noch am anfang das heißt ich habe jetzt noch nicht ganz so viel erreicht gerade mal zwei folgen gemacht es kam auch noch nicht so wirklich viel action aber es kommt alles noch versprochen ja und ich würde mich freuen wenn ihr dem format eine chance geben würde ich weiß einige von euch wollen das gar nicht gucken weil sie es also haben schon geschrieben ist nicht so mein ding also weil alleine und ja überhaupt aber ihr braucht ja nicht selbst spielen ihr braucht ja nur reingucken ich würde mich zumindest freuen wenn ihr bock habt noch mal rein zu gucken so kann ja nicht immer nur seven days spielen ist denn diese blöde tasche okay da schau mal nicht ach ja wo ist die tasche wahrscheinlich komplett in einem anderen raum da oben ist sie okay da oben ist sie und sieht gut aus so tag vier wir haben immer noch genug zeit also um die vorbereitungen zu treffen jetzt macht der die dingen da nicht hin weil otto da liegt mensch otto beziehungsweise andy heißt ja andy so fest haben wir hier ist nichts mehr drin zack das heißt wir gehen sofort zurück Leute weil ah mich 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 nerven und langweilen die quests hier gerade wirklich ja gerade so im grünen wo ist denn mein fahrrad abgeblieben wo ist denn mein fahrrad 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 sag mal Leute ich muss mal ganz kurz was gucken Moment, hab ich? Stopp. Wo ist... Wo ist mein Fahrrad? Mein Rad ist weg. Das, ich schwöre, das stand hier. Als ich mich hier zuletzt ausgelockt hab, stand mein Fahrrad da. Na toll. Da ist mein Rad weggebackt, ich glaub's ja wohl. Also, ich bin, ich bin grad... Ich bin doch im richtigen Spiel. Bin ich im richtigen Spiel? Ich bin im richtigen Spiel? Mein Rad ist weg. Das kann doch gar nicht sein. Ist das irgendwo? Es kann doch nicht sein, dass das... Tja, Leute. Mein Fahrrad ist weg. Da frag ich mich. Wo ist es hin? Jetzt kann ich auch noch laufen. Es gab ja, es gab ja, ich hab ja so ein kleines Zwischenupdate gehabt von Seven Days. Es kann natürlich sein, dass die Mod jetzt irgendwie aus irgendeinem Fund, genau, aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert. Und natürlich hatte ich die, die Quest, wo ich's Fahrrad kriege, hatte ich natürlich, glaub ich, schon. Ja? Das ist das, was ich in der ersten Folge gesagt habe. Und jetzt ist das Fahrrad weg und ich hab keins mehr. Ich hasse... Ich hasse dieses Spiel. Jetzt ist das Fahrrad weg, Leute. Ich krieg die Krise. Ich mag dich. Aber... Das ist natürlich jetzt total bescheuert. Wo war ich denn zuletzt? Hat der das vielleicht irgendwie durch die Welt? Hat der das irgendwie... Nee. Es ist einfach weg. Mein Rad ist weg. Tja. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Oder hab ich das... Hab ich das wirklich nicht in der Tasche? Ich hab's tatsächlich nicht in der Tasche. Ja. Öfter mal was Neues. Hol ich mir jetzt eins aus dem Kreativ? Weil, äh, wie gesagt, ich hatte es ja. Ich hatte es ja. Vor allen Dingen ist da mein Essen drin, mein Gutes. Oh, Leute. Das ärgert mich jetzt gerade. Das ärgert mich jetzt gerade richtig. Tja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... Irgendwie... Ich, ich, ich oder ich. Also... Der richtige Spielstand ist es... Ich hab ja mittlerweile vier verschiedene Spielstände, also... Installationen sogar. Ich hab ja einmal die Präpokalypse-Mod. Ja, die spiel ich aktuell... Auch wenn er vorher gesagt hat, er will sie nicht spielen. Ja. Zusammen mit unserem Büro auf Twitch. Dann hab ich die Warsuk. Ja, die ist auch eigenständig installiert. Die spiel ich, äh, die nehm ich demnächst auch auf. Ähm. Ja, und dann hab ich diesen Spielstand hier. Ist auch ne eigenständige Installation. Und ich hab natürlich... Mein... Da ist mein Fahrrad. Oh mein Gott. Wieso bin ich denn da ohne Fahrrad hingefahren? Äh, hingelaufen. Mein Herz. Ja, und dann hab ich natürlich noch meinen Kreativspielstand. Achso. Ja, mit dem ich, äh, unheimlich viel ausprobiere. Und jetzt hab ich gedacht, ich hätte eventuell... Keine Ahnung, irgendeinen Fehler hier. Weil ich hab ja meine anderen Installationen nicht auf der Steam-Installation. Sondern pack mir die grundsätzlich immer auf ne andere Platte. Ja, damit ich nicht den doofen Mod-Launcher nutzen muss. Hab ich damals immer gemacht. Aber in der Alpha-21 lief der Mod-Launcher einfach nicht. Ja, da war ständig und andauernd... Man hat sich Mods runtergeladen. Die dann nicht liefen. Dann ging das wieder nicht. Dann... Ach, es war... Es war nicht schön. Deswegen hab ich den am Ende komplett deinstalliert. Und mach das dann lieber mit den gesonderten Installationen. Das läuft auch viel besser. Und ich komm nicht durcheinander. So, wir müssten, glaub ich, durchs Dach rein. Eigentlich wollte ich jetzt noch gar... Ich wollte jetzt gar keine Quest machen. Ich wollte jetzt eigentlich... Das ist die Macht der Gewohnheit und die Verwirrung jetzt, ja. Weil mein Fahrrad weg war. Aber wieso bin ich denn dahin gelaufen? Das verstehe ich nicht, Leute. Wieso bin ich zu diesem... Zu dieser Quest gelaufen, anstelle zu fahren? Ich weiß es nicht. Egal. Fahrrad ist wieder da. Ja. Und es ist so schön im Stream-Spiel, Leute. Da haben wir schon ein Minibike, ja. Also... Ich mein, gut. Dann ist man zu zweit. Dann hat man natürlich, ne. Zwei Leute mehr Loot. Mein Gott. Zwei Leute mehr Loot. Okay. Nur für den Fall... ...dass ich hier gleich flüchten muss. So, ja. Und in der letzten Folge habe ich ja gesagt, ja. Hier habe ich Punkte. Drei Stück. Weil ich es gerade sehe, Leute. Ja. Also Tiere findet man so auf der Map nicht. Ja. Man muss sich diese Käfige bauen. Salmon Row. Ach, das ist wahrscheinlich... Das ist Kaviar wahrscheinlich, ne. Salmonen-Kaviar. Air of Scotland. Hat null Auswirkungen. Null Nahrung. Nix. Macht das... Macht das gar nix? Okay. Das macht auch nix. Black Pepper. Ha. Das macht auch nix. Da muss ich mal gucken. Da ist jetzt nicht ernsthaft... Da ist jetzt nicht ernsthaft ne Witch draußen, oder? Da ist ne Witch draußen, Leute. Ich glaub's nicht. Woran da liest du rum? An meiner Basis. Ich glaub, ich spinne. So, hier ist Ruhe im Karton, Fräulein. Aber irgendwas stimmt... Sag mal. Leute, warum ist denn... Ah, jetzt ist die Quest fehlgeschlagen. Weil ich mich hab ablenken lassen. Von dir dummen Kuh. Ich habe mich ablenken lassen. Also, Leute, ich glaub... Ich glaub, ich hätt die Aufnahme heute lieber sein lassen sollen, ey. Es ist... Manchmal hat man so Tage, ne? Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Manchmal gibt's so Tage... Ich glaub, die hat jetzt hier so ein Theater gemacht, weil... Die Forge die ganze Zeit an ist. Manchmal hat man so Tage, da ist man einfach für nix zu gebrauchen. Das ist einfach so... So, hier pass mal... Nee, nein. Essen. Wir machen mal hier so. Zwei Panner-Eintöpfe. Dann packen wir das mal da rein. Obwohl... Ich glaub, das ist gar keine schlechte Idee. Das hier ist natürlich der Hammer, ne? Das Tonic. 60 Wasser. Das ist wirklich geil. Das könnte man... In der Horde echt, wenn man mal vom Dach fällt oder so... Ist das, glaub ich, echt klasse. So, aber die beiden Sachen... Wartet mal, wo war's denn jetzt? Das machte... Das, was machte das? Was das hier ist, keine Ahnung. Das packe ich mal hier rein. Weil... Ich kann auch keine Rezepte anklicken. Ich kann's auch nicht nutzen. Ja, doch, das... Da kann ich Black Pepper draus machen. Okay. Okay. Aber aus dem anderen Ding kann ich nix machen. Da sagt er mir noch nicht mal Rezepte, ne? Ja. Das lass ich mal da drin. Das ist das... Dadurch geh ich noch nicht. So, Feuer. Oh, Feuer. Oh, Feuer. Das läuft alles natürlich die ganze Zeit. Und klar. Dann kommen natürlich die Witches. Ähm. Hab ich überhaupt noch irgendwas, was ich mir... Obwohl ich hab ja den Penner, den Wildbret-Eintopf hier. Dann reicht das. Aber ich könnte mir noch... Könnte mir natürlich noch Tee abkochen. Ja, Tee ist besser als Wasser, Leute. Und... Ja, ansonsten hab ich da nix drin. Okay, das kann in die Gartenkiste. Und... Dann haben wir hier... Den Rest. Ja, Leute. Das Wetter in den letzten Tagen... War so ekelhaft. Ich hab wirklich, äh... Ja... Ich... Ich... Ich vertrag das ja wirklich gar nicht, ne? Ich weiß, einige von euch mögen das. Ich vertrag das überhaupt nicht mit dem warmen Wetter. Und dann hieß es, ja, es soll schönes Wetter geben. Also schön im Sinne von, äh, Vodelschön. Äh, Hellyschön, nicht Vodelschön. Und, ähm... Es war dann trotzdem so ekelhaft warm. Und schwül vor allem. Dass ich gedacht hab, ich kipp wirklich... Entschuldigung. Meine Güte. Äh, ich kipp wirklich um. Na, dieses... Dieses schmockige, mockige, das mag ich ja gar nicht. Wurde der Hunde mit dem Hund gelaufen? Ja, die Sonne war weg. Das war vorgestern, glaub ich. Nee. Was mach ich denn hier? Und, ähm... Da hab ich auch gedacht, also wir sind eine Dreiviertelstunde mit dem Hund gelaufen. Wir waren fertig danach. Aber beide. Und mein Bruder ist eigentlich jetzt kein Typ. Ja, der... Der groß, ähm... Probleme hat mit dem Wetter. So, ich hab noch Tee in der Täsch. Wir könnten eigentlich mal gucken. Hier wegen dem Turm. Wir haben zwar erst Tag 4. Ja. Wobei ich schon wieder so viele geile neue, ähm... Ideen gesehen hab bei anderen. Ja, mit, ähm... Mit Hordentürme und so. Dass ich stellenweise echt schon überlege. Ja, ob ich nicht irgendwie einfach mal alles ausprobiere. So von Horde zu Horde. Dann auch alles so kleinere Sachen, die man leicht nachbauen kann. Ja, die aber einfach wirklich gut aussehen. Und so groß, wie das jetzt hier ist, brauch ich's ja auch eigentlich gar nicht, ne? Rein theoretisch hätte ich hier auch meine... Hier meine Basis, ja? Meine Werkbänke. Und, äh... Ja, hier quasi, äh... Das Horden-Ding. Ich hab's ein bisschen übertrieben. Aber gut. Wir müssen ja nicht alles ausbauen. Wir können ja... Warte mal, ich mach mal... Äh... Wir können ja hier einfach... Sagen, hier ist vorbei. Dass man den Teil hier einfach, also den vorderen Teil... nutzt. Und den hinteren Teil könnte ich eigentlich, also... Eigentlich könnte ich jetzt hier eine Mauer hinmachen. Ja. Und mal gucken, ob man da vielleicht irgendwann mal was anderes macht. Guck mal, hier könnte ich eine Tür reinbauen. Eine Doppeltür wieder. So wie beim letzten Mal. Ja, und dann hier halt... Glaub, das mach ich auch. Glaub, das werde ich, äh... Auch so machen, dass ich hier dann... Sage, jetzt ist... Hier ist Schluss. Mal gucken. Mal gucken, Leute. Ich werde es auf jeden Fall umbauen, weil das ist ein bisschen groß. So viel brauche ich gar nicht für die Horde. Ist ja schwachsinnig. So, das legen wir mal hin. Was macht er denn, wenn ich das mache? Einfach. Okay. Am Gesicht? Achso, okay. Nee, dann... Dann ist das schon richtig hier. Aber wenn ich das so mache... Dann geht die Tür natürlich nach oben auf, ne? Nee, dann geht... So geht die nach oben auf. Und so geht sie nach unten auf. So gefällt es mir auch viel besser. So gefällt es mir auch viel besser. Dann falle ich nicht noch irgendwo in so eine Kuhle. Das ist gut. Das, äh... Ja. Ach, ich bin irgendwie gerade Brain-AfK, Leute. Irgendwie... Irgendwie ist heute... Ich glaube, ich hätte heute lieber... ...nochmal Pause machen sollen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Leute. Ja. Es tut mir echt total leid, dass ich gerade so... ...so durcheinander bin und... ...irgendwie... ...wahrscheinlich wirke ich auch gerade voll lustlos. Ja. Was allerdings nicht ist. Ich hab... Also, Lust hab ich wirklich. Ja. Ich bin motiviert, aber irgendwie bin ich nicht fit. Irgendwie hab ich heute... ...heute keinen guten Tag. Ja. Also, sorry dafür, Leute. Seid mir nicht... ...seid mir nicht böse, dass ich heute hier so ein bisschen... ...ein bisschen wortkarger bin und irgendwie... ...irgendwie komisch. So. Ja. Also, das reicht hier vollkommen, Leute. Wie gesagt, ich werd das hier... ...dann welche Leiter da woanders hinpacken. Dann mach ich mir hier einen kleinen Aufgang. Wartet mal. Hier müsste doch dann eigentlich... ...das Ding sein. Ja, da ist es auch. Dann mach ich mir hier einen Aufgang hin. Und dann gucken wir mal, was ich mit dem Rest hier mache. Ob ich ihn wieder abreiße. Ups. Ich geh mal davon aus, dass ich ihn wieder weg mach. Oder auch als Flucht benutze. Ja, falls die mich hier wirklich... Mal gucken. Aber ich glaub nicht, dass die... ...wenn ich das aufwerte hier... ...ich denke, die erste Horde sollte Cobblestone reichen. Äh, reichen. Ich glaub, da werd ich... ...keine Probleme haben. Mehr kann ich eh nicht. Ich hab zwar ein bisschen Beton gefunden, aber... ...wäre ja schwachsinnig. Ja. Gut, jetzt haben wir 22 Uhr hier. Also im Spiel. Ich glaub, ich werd... ...äh, ich glaub, ich werd jetzt ne kreative Pause einlegen, Leute. Ich glaub, ich geh jetzt erstmal kurz mit meinem Hund ne Runde laufen. Und guck mal, ob ich dann ein bisschen fitter bin. Und ob ich dann weiter aufnehme. Äh, deswegen jetzt nur ne kurze. Also bevor ich jetzt hier wirklich nur Quatsch quatsche, ja. Und euch irgendwie... ...und ihr wahrscheinlich denkt, was ist denn mit der Fudel-Heli los? Da haben wir's schon, ja. Fudel-Heli. Ich komm selber schon durcheinander. Ja, aber es sei mir verziehen heute. Ich hatte vor wenigen Monaten noch einen Schlaganfall. Äh, irgendwie ist heute... ...irgendwie ist heute der Wurm drin. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Zuhören, beim Zugucken gehabt, ja. Ähm. Ich werd mich jetzt erstmal ein bisschen... ...ein bisschen fit machen, glaub ich, ja. Und erst dann wieder aufnehmen, wenn ich auch wirklich fit bin. Ja. Seid mir nicht böse. Ich wünsch euch ein Wunderwunderschön. Was haben wir denn heute? Donnerstag, ja. Und kommt morgen alle gut ins Wochenende, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Ich bin jetzt mal ein Wunderwunderschön. Vielen Dank.